Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Runde Tavern Brawl Hearthstone. Ich bin Soparan, RP. Und weiter geht's. Letzte Runde haben wir gewonnen. Eine Runde verloren, gewonnen. Wir spielen weiter Hunter. Lief gut mit dem. Wir brauchen noch 4 Wins. Dann haben wir die Quests fertig. Dann bin ich bei 310, 315 Gold. Warum 315? Weil wir 3 Wins machen würden. Würde 10 Gold geben und dann 60 für die Quests selber. Das sind 315. Mach der Genie. Lass mal so. Die Frostfalle ist ganz cool. Oh, ich hab so einen fucking Ohrwurm, ne? Ich bin heute Morgen aufgestanden, kurz so ein Radio angehabt. Und da kam irgend so ein Lied, ey. Ich hab keine Ahnung von wem das ist. Und dann, das hat sich so in meinen fucking Brain eingebrannt, dass ich die ganze Zeit jetzt diese Melodie höre. Das erste Vieh, womit die angreift, wird dann auf die Hand geschickt. Und kostet dann 2 mehr. Als es normal kosten würde. Also der hätte dann wieder sein Standard-Dengen. Der kostet normalerweise 2, der würde dann 4 kosten. Was ganz cool ist. Kriegen wir. Oh, Quartermaster. Ist ganz cool. Please don't hit me. Der ist ganz cool, ey. Ah, 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 ah. Sorry. Achso, und. Fuck. Wir wollten ja hilflich sein. Greetings, Traveler. Boah, Fairy Dragon. Einer meiner Lieblingskarten auch im ganzen Spiel, weil ich mag dieses Can't be Targeted by Spells or Hero Powers. Ich müsste die mal öffnen. Na ja, da wollte er schon einsetzen. Geht der aber nicht. Geht der Silber-Henrik-Foods, 2 Zoll. Ja, hab keiner. Wir werden den gleich rufen. Ja. Snakes. It has to be Snake. Hätte ich zum Beispiel behalten, weil die Chance, dass so ein Beastfeed-Kürz ist eigentlich gar nicht so gering. Oh, cool. Mal gucken, welchen er killt. Wahrscheinlich den Mittleren. Oder er hat Angst vor dem hier. Weil der tauscht nämlich Der tauscht At the start of your turn Swap this minion with a random one in your hand Das heißt, der hier wird gegen irgendeine meiner Hand ausgetauscht. Da ich nur einen habe, kommt der aufs Feld für null. Kostet mich dann nichts Das ist halt ganz geil. Und da der hier null gekostet hat lohnt es sich Oder er opfert eine Garte dafür Okay, ist auch okay Super Dankeschön Oh nein Er macht mir 3 damage Don't worry about a thing Boah, ich habe keine Ahnung Ich kriege diesen Ohrwurm einfach nicht weg Das ist so kurze Kennt ihr das? Da kannst du nichts für Und Du kannst den auch nicht so einfach weg Du müsstest, ähm, ich weiß nicht Das Lied zu Ende hören zum Beispiel hilft mir ganz oft Oder Einen anderen Ohrwurm Kannst du das wieder geben? Plus 2 Attack Ja, den müssen wir weg machen Ich hoffe, der attackt nicht den 3 2er Doch macht der Wichser Ja Und da ich Spells einsetze Ich stehe jetzt jedes Mal dazu Alter, boah, das ist hart Also, ja Der hat gleich 9 Attack, ey Aber ich kann nichts dagegen machen Ich muss Und dann hat der nur noch ein Leben, ey Aber trotzdem Der hat 9 Attack Boah, das ist so assi Das ist so assi Ich hätte die Frostfalle behalten sollen Aber dann hätte der wahrscheinlich Boah, ja natürlich Jetzt hat der auch noch den Tank, ey Boah, zum Kotze Ja Das sieht nach einem Lus aus Ja, ja Ich kann nicht viel machen, es sei denn nicht Kein Spell der Natürlich nicht, ja Na, guck mal eben richtig hoch Boah, wie viel Lack kann man haben, ey Boah, wie viel Lack kann man haben, ey Draglose Harter Lose Harter Lose So ein Scheiß Das sind genau die Karten Die Karten sind die am stärksten Weil du hast halt nur Zauber Du kannst halt nur Zauber einsetzen Wir haben jetzt mit dem verloren Wir machen das so im Wechsel Jedes Mal bis wir verlieren Ich glaub die Folge waren noch nicht 10 Minuten oder? Ah sieben Minuten siehst du Ich hoffe es gibt keine Fehler beim Raustabben Hab ich noch nicht nachgeguckt Don't worry about a thing Nalfurion vs. Valera Du brauchst du Ich muss dich schützen Ich muss dich schützen Ich muss dich schützen Nö ist okay so Können wir eh am Anfang nicht rufen Wieso sind wir wieder zweiter Super Warrior ist unser Gegner Das heißt wir werden super krass auf den Sack kriegen Wir werden mega hyperaktiv Ja das ist doch schon mal super stark So stelle ich mir das vor So stelle ich mir das vor Oh der hat schon den neuen Karten errücken Den hab ich auch schon gekriegt Oh cool was kriege ich? Oh Ja Natürlich Okay Die Olle geht mir jetzt schon auf den Sack Ja was gut ist Ah kriege ich halt 5 damit Ah kriege ich halt 5 damit Warum Warum tust du mir das an Spiel? Der Ey Warum zieht die den so gut im Moment Das heißt, hier sind schon mal drei Warnabgänger. Der Vierer wird den Fünfer jetzt killen, dann wird der Neuner mich direkt angreifen wahrscheinlich. So klar, so obvious. Ja, der hat jetzt nur 4-7, ich weiß, aber besser als nichts. Ich hätte den noch weiter in der Hand behalten können, aber ich brauche irgendwie einen Schutz oder so. Wieso? Guck mal. Können wir den direkt platt machen. Ah, ja, der haut mich jetzt jedes Mal. Wickser. Das sieht nicht gut aus. Ey, wir haben nur noch 7 Leben, what the fuck? Oh, cool. Wickser. 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 Jedes mal wenn der Gegner einen Spell einsetzt, kriege ich einen Burly Rockjaw Trock. Das ist dieser Spell-Typ. Ah, danke schon. Und er kriegt jetzt jedes mal 2 dazu, wenn der Gegner einen Spell einsetzt. Oh nein, bitte nicht. You are so strong. Das Problem ist, ich muss ihn killen. Oh, cool. Gucken wir hier. Okay, fett. Wir machen das so. Oh, Windfury. Ja, fett. Ich mag Jeeves. Ah, wir könnten das noch gewinnen. Ja, mach mir einen Schaden. Kein Problem. Es sei denn, du ziehst mir jetzt irgendwie 5. Ja. Hammer geil. Bedankt fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Viel Spaß noch. Tschaui.